So, herzlich willkommen zurück hier zu Outland. Ich probier mal was. Nein, das tut dem tatsächlich gar nicht weh. Ich dachte immer, ich könnte damit Schaden machen. Aber... Okay, vielleicht macht's ja auch Schaden, aber... Jedenfalls nicht genug für den großen... Keine Ahnung. Ich hab's jedenfalls geschafft, hier mit relativ wenig Schaden hochzukommen. Wie ihr gesehen habt, mal eine Folge... Au! Fragt mich nicht, wie ich das geschafft hab. Ich hab's einfach hingekriegt, keine Ahnung. Wo muss ich denn hin? Ich muss auf jeden Fall nach rechts raus. Also geh ich zuerst mal da hoch, um mich verprügeln zu lassen. Ne? Wie man das halt so macht. So. Das war irgendwie gar nicht mal so spannend. Möchte ich meinen. Komm ich da runter? Oder bin ich da jetzt nur... Na, keine Ahnung, wie's da hingeht. Würde mich ja mal interessieren. Und jetzt bin ich im Turm der Unendlichkeit. Ich bleibe dabei, das klingt alles schon ein bisschen nach Ende. Und die Hintergrundmusik spricht auch dafür. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich muss weiter. Also gehe ich mal wie immer zuerst hier nach unten. In der Hoffnung, dass ich hier noch was Nützliches finde. dass mir auf dem weiteren Weg noch nützlich sein wird. Oh mein Gott, ist das fies. Warte mal, ich spinne. Warte mal, ich spinne. Werden wir erst mal wieder rot. Ja. Nicht so. Äh. Jetzt kommen wir mal her. So. So ist das fein. Ah, das war ein bisschen zu spät. Aber ihr habt gesehen, es geht im Prinzip. Der Rückweg ist definitiv einfacher. Weil ich hier nur laufen muss. Komm schon. Ich habe genau eine halbe Sekunde vorher die Farbe gewechselt. Egal. Ist mir jetzt egal. Ich gehe hier einfach hoch. Was soll's. Oh, das war knapp. Immerhin kann ich hier speichern. Also zwischenspeichern. Das heißt, wenn ich jetzt drauf gehe, dann bin ich wieder voll geheilt. Und was müssen meine müden Augen hier sehen? Ein Geheimgang. Ne? Ach, hier oben geht's hin. Guck mal. Da bin ich aber gespannt, was hier so toll ist. Ah, natürlich. Na klar. Hier geht's aber nicht mehr weiter. Schade. Na klar. Die guten alten Fädel, die ich einsammeln wollte. gut. Gut. Jetzt, wo ich den habe, haben wir den Checkpoint. Und dann bin ich hier gerade etwas visuell überfordert. Oh mein Gott. Gut. Ich will da glaube ich so durch. Und hier, ah, hätte ich ein bisschen früher laufen müssen. Okay, aber es geht. Es geht. Wenn man einfach rot bleibt, dann geht das. So. So. Wechselt der die Farbe? Ja, tut er. Ja. Wenn die Reichweite nicht reicht. Warum heißt die Reichweite eigentlich Reichweite? Selbst wenn sie nicht reicht. Zappen rein. Ich wollte in der Luft schweben bleiben, indem ich dich haue. Könntest du das bitte zulassen? Dankeschön. Geht doch. War das jetzt so schwer? Ich glaube nein. Kann ich da irgendwie hoch? Ne, da komme ich dann hin, wenn ich das Tor öffne. Okay. Ich muss das hier aufpassen. Ich habe noch ein Herz. Ich gucke mal, ob ich irgendwas... Ne, wow! Nein, 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 nein. Weg mit dir. Weg mit euch allen. Na? Das war... Oh ja, Halleluja. Aber so. Das war was für eine Kurzschlussreaktion. Aber eine gute, möchte ich meinen. Ist nicht ja ganz gut eigentlich. Wo kommt die denn jetzt bitte her? Ich war doch gerade eben hier unten und habe alles sauber gemacht. Ist die da runtergefallen oder so? Keine Ahnung. Immer das Geld. Ich will mir doch mal ein Herz kaufen. Ich hoffe, das ist normal. Okay. Da links gibt es definitiv nichts mehr. Autsch. Autsch. Wusste ich es doch. Es macht doch Schaden. Na klar. Aber halt nur bei den etwas schwächeren Gegnern. Oder vielleicht halt bei den Großen nur so wenig, dass es sich eben nicht lohnt. oder nicht sichtbar ist. Kann ja auch sein. Ähm. Was zum Henker? Das ist ein Henker. Hep! Das war knapp. Genau. Jetzt geht das Tor auf. Das kennen wir alles schon. Habe auf der Karte gesehen. Jetzt kann ich da rein und über die Plattform. Und dann mich hoffentlich in Richtung End-Boss begeben. So wie ich das einschätze. Komme ich da hoch? Leider nein. Also muss ich hier wieder ausmachen. War das nicht hier oben? Nö, war es nicht. Ach. Ich darf jetzt hier nochmal durch. Yay. Oh. Das war jetzt mal zu früh. Auslaufen geklappt. Im Hinblick was andersrum. War ja nicht ein Checkpoint. Doch, ja genau. Hier war ein Checkpoint. Sehr schön. Und äh. Genau. Jetzt kann ich hier. Oh. Was zum. Was zum. Töte mich mal. Ich habe da keine Lust jetzt nur mit einem Herz so viel durchzuschlagen zu wollen. Wahrscheinlich gehe ich da eh früher oder später drauf. Und dann muss ich alles nochmal von vorne machen. Und dann mache ich es doch gleich eh nochmal von vorne, wenn ich sowieso muss. Und warte mal. Bevor ich da jetzt rüber gehe. Ne. Das war doch mal ursprünglicher Plan. Hier rüber zu laufen. Denn siehst du mal. Hier gibt es noch einiges an Geld. Wups. Alles gut. Nichts passiert. Und da ich das jetzt habe. Noch einmal kurz. Speichern. So. Jetzt sollte das aber klappen. Ah. Soviel dazu. Meine Güte bin ich gut. Gut. Ich bin einfach der Beste oder? Aber so richtig. Ja. Okay. Es geht schon. Moment. Da links geht es hoch. Das hätte ich gerne. so was von gerne. Das hier. Siehste. Ich bin auch nicht blind. Meine Augen sind vielleicht alt und müde, aber nicht blind. Junge. Du kannst ruhig Schwung verlieren. Beim Springen. Das sind die, die sich aktivieren. Hepp. Und durch. Checkpoint. Wer sagt es denn? So. Einmal hier runter. Geh mal weg. Falsche Farbe. Falsche Farbe. Ah. Nimm das. Na komm her. Wo bist du? Wo bist du? Ah. Das war es schon. Okay. So. Ich will da unten hin in die Sackgasse. Ich hoffe ja immer noch auf ein Leben schreien. Naja immerhin ein Herz. Besser als nichts. Wow. Da sind Gegner. Voll nicht gesehen. Die Spieler hat gerade geruckelt. Und ich habe es einfach nicht gesehen. Ah. Ich kann doch nicht hier direkt drunter stehen bleiben. Und dann. Naja. Okay. Ich kann schon. Der ist halt dumm. Ach. Warte mal. Was? Zielen auch noch auf mich die blauen Teile? Das ist ja hinterhältig. Wechseln die auf die Farbe? Ne. Okay. Deswegen ist es immer blau. Das ist ja dann noch vertretbar. Muss ich denn? Autsch. Muss ich denn überhaupt hier über... Tatsächlich muss ich da hoch. Muss mal so. Ähm. Ich habe aber gesehen, dass es hier unten ja noch was gibt. Und ihr wisst ja wie das ist, ne? Wenn es da was zu erforschen gibt, dann werde ich da auch hin. Ja. Ja. Ich bin chillt. Richtig. Bei denen mit chillt geht es ja nicht. So. Dann zack doch was du kannst. Nicht all zu viel. Das dachte ich mir. Autsch. Ach. Ach. Guck mal. Die brauchen nur einen zum Schlag. Von dem, äh, energiegeladenen Schlag. Und dann sind die weg. Wahrscheinlich hab ich das schon mal festgestellt und vergessen. Kann doch sein. Wow. Wo kommst du denn her? Was? Oh Mann. Nein. Ich habe nur noch ein Herz. Wie dumm. Jetzt bin ich wieder hier. Ach verdammte Axt. Ach verdammte Axt. Ich stelle das dann mal eben nach. Ne? Ihr kennt das ja. Ähm. Bis zum nächsten Mal.